Heute schauen wir uns drei Monitore an, die alle recht unterschiedlich sind, aber trotz alledem eins gemeinsam haben. Alle drei sind gute Gaming-Monitore. Es gibt immer wieder das Thema, welcher Monitor ist der beste? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn ich würde sagen, es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für jeden einzelnen Monitor. Einige Leute suchen einen Monitor für die perfekte Bildbearbeitung und hier eignet sich eigentlich ein IPS-Monitor am besten. Andere suchen einen Standard-Monitor für Office-Anwendung, einfache Arbeiten am PC. Andere wiederum suchen einen Monitor, der perfekt für Games ist. Ich habe heute drei Monitore im Test gehabt. Alle Monitore sind von der Firma AOC. Hier nochmal ein Riesendank für die freundliche Teststellung. Als erstes habe ich den AOC AG352QCX getestet. Dies ist ein Ultra-Widescreen-Monitor mit 35 Zollen und einer satten Bildwiederholrate von 200 Hz. Vier Millisekunden, AMD Fanboys dürfen sich hier freuen. Dieser Monitor unterstützt natürlich auch AMD FreeSync. Die Auflösung beträgt 2560x1080. Also WFHD, White Full HD. Das Bildformat ist hier 21 zu 9 und wir haben ein MVA Panel verbaut. Dies eignet sich wirklich gut zum Spiele spielen, aber natürlich auch mal um einen Film zu schauen. Der Monitor hat eingebaute Lautsprecher. Auf diese gehe ich aber bei gar keinem Test ein, da ich einfach sagen muss, eingebaute Lautsprecher in einem Monitor sind nicht so gut, als wenn ich mir jetzt irgendwelche einfachen Standardboxen kaufen würde. Genügend Anschlüsse dürfen natürlich nicht fehlen. Der Monitor besitzt einen VGA, DVI, HDMI und natürlich einen Displayport-Anschluss. Um die volle Potenzial aus diesem Monitor herauszuholen, sollte man dies natürlich auch immer mit dem Displayport-Kabel verbinden. Die Krümmung des Monitors beträgt 2000mm und der AG352QCX ist somit ein Curved Monitor. Auf der Rückseite gibt es dann eine RGB-Beleuchtung, die mein RGB-Herz höher schlägen lässt. Dies kann mit der mitgelieferten Fernbedienung auch individuell angepasst werden. Mit der Fernbedienung lässt sich natürlich auch die Shadow Control einschalten. Hier werden in Spielen dunkle Bereiche aufgehellt. Dies ist in einigen Spielen recht hilfreich, wenn man seinen Gegner in dunkler Umgebung aufspüren will. Als nächstes habe ich einen Monitor getestet, der es schafft jede Grafikkarte auf Touren zu bringen. Den AOC AG27-1UG. Dies ist ein 4K Monitor mit einem extrem scharfen Bild. Eine Auflösung von 3840x2160 Pixeln. Dieser unterstützt Nvidia G-Sync und besitzt ein IPS Panel. Aber nochmal ganz klar zu erwähnen, dass IPS nicht immer gleich High End Gaming bedeutet. Es gibt günstige IPS Monitore, die keineswegs besser sind als TN oder VA Panels, wenn es um die Wiedergabe von Spielen geht. Hier ist es meist wirklich so, dass der teure IPS Monitor viel mehr Leistung bringt. Es bringt mir nichts, als wenn ich die beste Grafikkarte habe, aber beim Monitor einspare. Der AOC AG27-1UG ist kein günstiger Monitor, bietet dafür aber ein sehr gutes Spielerlebnis. 27 Zoll, 4 Millisekunden und 60 Hertz sind bei einem 4K Monitor schon mehr als ausreichend. Dank AOCs Flicker-Free-Technologie wird flackerndes Licht auf ein Minimum reduziert und lässt einen schon mehrere Stunden ohne die Augen stark zu belasten spielen. Dank Nvidia G-Sync ist es möglich bei niedriger FPS Raten ein verzerrungsfreies und ruckelfreies Bild zu schaffen. Alle gängigen Anschlüsse sind natürlich auch hier vorhanden. Wie auch bei dem Vorgänger, dem AG35-2QCX, gibt es an der Seite einen kleinen Bügel, der es erlaubt sein Headset an der Seite anzubringen. Der stabile Standfuß und der gute Neigungswinkel ermöglicht eine gute Positionierung des Monitors. Kommen wir nun zum letzten Monitor und dieser hat es mir besonders angetan. Dieser ist ein Gaming Monitor mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und wie ich finde für alle Full HD Gamer am besten geeignet. Der G2460PF ist ein 24 Zoll großer Monitor mit TN Panel und 144Hz, eine Auflösung von 1920x1080 und besitzt eine Reaktionszeit von einer Millisekunde und hat natürlich auch AMD Freezing an Bord. Die 144Hz machen schon einiges aus. Ich habe es einfach mal getestet, GTA 5 mit 60Hz. Alle Einstellungen auf hoch. Leider zeichnet meine Kamera mit maximal 60 FPS auf, aber man kann den Unterschied schon erkennen. Bei 60Hz gibt es einige Rucklau bzw. einige Verzerrungen auf dem Bild zu sehen. Wenn man den Monitor dann aber auf 144Hz umstellt, sind die Rucklau sofort passé. Das Bild ist ordentlich scharf, man hat keine unscharfen Bewegungen mehr, gerade bei Shootern oder bei Racing Games macht das Ganze schon einiges aus. Testet das Ganze doch einfach mal selber, startet euer Lieblingsspiel und bewegt einfach mal die Maus schnell hin und her und schaut euch mal an, ob ihr auch irgendwelche Verzerrungen im Bild seht. Die Anschlüsse sind ja auch wie bei den anderen Monitoren HDMI, VGA, DVI und DisplayPort 1.2. Des Weiteren noch USB Anschlüsse um zusätzliche Geräte anzuschließen. Bei allen getesteten AOC Gaming Monitoren ist es möglich individuelle und voreingestellte Bildprofile zu aktivieren. Ich verlinke euch alle drei Monitore unten in der Videobeschreibung und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video etwas weiterhelfen konnte. Jedoch muss jeder selbst entscheiden, was er für den Monitor ausgeben möchte und was für ein Monitor der richtige ist, ob Full HD, 4K mit IPS oder Ultra Widescreen. Ich verabschiede mich mit diesem Video und packe den nächsten Monitor aus, um für euch ein weiteres Video zu machen. Gerne könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao!